3, 2, 1 Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Advanced Warfare Multiplayer und diese Runde mit Controller Ihr werdet es auch merken, ähm, so, Maus ist jetzt teilweise aus die Build Der synchronisiert gerade, das macht mich schon stutzig und wir spielen auf Horizon Abschuss bestätigt Yeah Wenn der synchronisiert, gefällt mir das nicht Weil zu 90% werde ich dann immer gekickt Das weiß ich Warte auf andere Spieler So, die Maus muss aus die Build Ähm, Frames, Hallo? Ähm, Jo Gut Na? Oh, ich merke es nur noch Scheiße Na? 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 Oah! Uah! Uah! Hm, hm, hm. Ja. So, und wenn euch das gefällt, dass ich mit Controller übe, einfach in die Comments. Wo, 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 wo hast du den? Hm. Äh, ich war doch... Oh, komm von hinten. Hm. Hä? 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 Äh! So. Hm, 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 hm. Äh! Äh! Hm. Feindliche Vorräte kommen. Feindliche Vorräte kommen. Ja. So. Da würde ich mal sagen... Feindlicher Raketenschlag. Nö. Feindlicher Raketenschlag. Oh. W-w-w-w-w-w-w... Wann? Wann sind alle hingegangen? Das würde ich jetzt gern wissen Oh, da drüben Ha Oh, bebebebebe Oh, wä, wann Hm Hm Andersrum Hm, hat nichts gebracht. Naja. Naaaah! Ich mach mich unsichtbar, weil ich hier futze bin. Diese Huren mit ihrer... Ich fang euch noch nicht. Hm. Ja, das kommt halt davon Niederlage Wie viel habe ich in den gespielt? Das würde ich gerne wissen Mit Controller Für einen Anfänger Würde ich gerne wissen Oh Doch so viel Naja Was willst du machen? Anfang fängst du mit Controller Da machst du dir halt vieles kaputt So, wieso droppen meine Frames gerade so? Erstmal nebensächlich Aber an der Stelle würde ich sagen Das war's, wir sehen uns das Nächstes Mal wieder, bis dann Ciao